Destroys Diamond Blocks Okay, jetzt können wir die kaputt machen Geil Äh, war das nicht War hier nicht noch einer Autsch Gracia? Nee Nee, okay Oh geil, wie können wir Magic Mana Debuffs are more effect Irgendein Ei Irgendein Ei Plague Egg Uh Ähm Dr. Plague Place Weakness Magischen Erdschaden Kann heilen Kann, äh Party heilen Macht Feuerschaden Der Buffs entfernt Kann wiederbeleben Und Windschaden Und Windschaden Äh Könnte Könnte für Raupi rein Dann gehen wir halt Nicht auf Magieschaden Äh, nicht auf Erde Weil dafür haben wir Den Google List Oder wir gehen nicht Auf Feuer Aber dann haben wir nichts Zum Burnen, ne Ich weiß nicht, ich mag Raupi Irgendwie wegen dem garantierten Burn Und so Hier können wir Warte mal Wo war denn Der Block Hier Aha Bam Bam Und dann noch Snowpeaks Fällt mir direkt ein Dass da einer ist Bestimmt noch irgendwo Aber Weiß ich jetzt nicht Ne, komm Ach Mensch Freunde Lass mich vorbei Bitte Äh, warte Wer kann Wer war das nochmal Ganz unsichtbar machen Kann er, ne Nice Okay, hier runter Ne Noch weiter runter Habe ich da was gesehen Jo Tausend Gold Nehmen wir mit Ah, jo Okay Da sind die Blobs Da unten links Okay Sonst können wir Nirgendwo mehr lang Wir können uns Zurück porten Ja Ähm Warte Versuchen jetzt nochmal Den einzuentwickeln Den Drachen Immer was Neues bekommen Nice I know it Was kannst du Fireclaws Magischen Feuerschaden Und Wind Kannst du auch Irgendwie heilen Nee Das hätten wir dich Für Dings reinnehmen können Nee Magic Physical Physical Nee 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 Wo die Asche Ich probiere einfach mal ein bisschen durch Volcanic Ash War da noch ein Monster In den Magma Chambers Wir machen aber folgendes Wir gehen Snowy Peaks Den Diamantenblock Da wegklatschen Weil ich weiß Dass hier einer ist Wow What the hell Was seid ihr denn So Champion Aber erstmal gegen euch Targoat Oh Schlecht gegen Magie Level 31 Alter Ähm So Versuch uns einfach mal Hallo Hä Warum kriegen die keinen Schaden von Feuer War die Resisten Ah Wir machen mal ein Schild Hab ich gesehen Dass die Feuer resisten Die resisten auch Wasser Wow Autsch Päusen Cloud So Irgend so ein ungutes Gefühl Dass die Ultravieh Schaden Machen Wow Nochmal Feuerschild Du Du Gehlst Geh nochmal ein Und du Poison Cloud Okay Okay Full Protect Redirect Ah Dann Müssen wir ja Alle angreifen Dann bringt das nichts Das erste Viech tankt Die ganzen Angriffe Okay Die hat aber nichts gebracht Yes Die Targoats Sind schon krass Sein So Gehl Und komm, hauen wir dich mal weg direkt. Müsste nicht weg sein, weil er sich so viel heilt. Wegen Regeneration. Alter. So. Und Poisonbomb und du stirbst spätestens am Debuff. Jupp. Ra-Tarco-Deck. Geil. Ähm. Mountain Goat. Wir haben auf einem Mountain bekommen. Es kann, ja, alle shielden, okay. Kann tacklen. Dann protecten. Full protect. Und buffen. Okay. Ist halt der Ultra-Tank irgendwie, ne? So. Was ist mit dir, Junge? Alle gingen physisch. Schlecht. Ja. Ähm. So. Ja, komm. Ich überlege gerade, ob ich... Nee. Über... Ei. Ob ich mit Kiri-Cut den in der Mitte wegklatsche. Ist klar. Ist klar. Das wird... eklig. Sehr eklig. So. Oh mein Gott. Lang die... Uuhh. Au. Ekel gerade. Ich glaube, ich fokusse immer einen weg. Naja, komm. Scheiße, das ist nicht genug. Ein Crit mehr hätte gereicht. Okay, sehr gut. Okay. Au, au. Ist klar. Warte mal, da kann man einfach im Keeper-Kämpfen nicht reviven anscheinend. Okay. Sie sind mega dumm, irgendwie. Ähm. Wir müssen Kitty-Cut heilen. Because of obvious reasons. Okay, du stirbst sowieso. Können wir eigentlich... Nee. Wir gehen auf alle. Okay. Okay. Alter. Äh. Ähm. ja ihn wegklauen ne komm, machen es nochmal normal ok, hätten wir geklaut, wäre er tot die hat kein mana, das ist gut ja genau, natürlich ne, ich glaube wir können ja, so ich bin mir unsicher, ob das kleine Viech stirbt deswegen mache ich noch einmal ein AOE aber jetzt stirbt es auf jeden Fall es hätte wahrscheinlich gereicht, aber ne ich hatte Angst du heilst dich selbst du haust ihn glaube ich immer mit ne, mit deinen Clown weg, bitte äh, und du ne, oh ja oh ja ok, ich glaube alter wir müssen ihn heilen wow ja wenn wir jetzt Pech haben, stirbt er wieder und stirbt die ganze Zeit können wir nochmal angreifen hä ach so, ja, ja ich verstehe, natürlich erste Runde haben wir mit Ghost ihn wiederbelebt und dann hat, ähm er selber sich geheilt ja ok wieder Helping Hand äh, Clown äh, Clown oh ja yes yes ich glaube jetzt können wir auch, ähm ja ja und nochmal den Spaß äh nochmal ne Combo Potion äh ja komm ja ja nächste Runde ist er weg Alter macht der viel Schaden ja das ist jetzt aber egal weil du stirbst jetzt tschüss nicht ah, weil Dings weg war, ähm okay huh äh, ne und er keinen Schaden mehr vom Chill bekommen hat ok, boah das war wir senden to Keeper Knight geil Poison burn in Kong G damage dead to enemies is increased first criticated of an attack applies chill when attacking also heal the monster with the lowest health oh ja okay was habt ihr denn für neue items erstmal hier spenden wieder okay big potion sehr schön ja das brauchen wir nicht nice height plus 4 was gibt das defense und health ups hm ja klaus warte mal scheiße nee wir wollten doch wo ist es hallo schuriken im geben ja ja da jetzt geht's nicht mehr okay genau und dann geben wir ihm jetzt hat er 30% kritischung das braucht er nicht mana regeneration man die fans und mana regeneration ja ja nehmen wir immer das ja nehmen wir immer das nehmen wir immer das ja nehmen wir immer das äh crit chance mana mana regeneration okay mana regeneration okay bleibt noch was zu tun ich glaube nicht nein doch block mystery genau das machen wir nächstes mal jo ah mein gott der kampf war zwar nicht so hart wie gegen julia aber dieser imori der ist ekelhaft also danke fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet spaß lasst einen daumen nach oben und ein abo da würde mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten video macht's gut tschüss bis zum nächsten mal